Wallah Wallah Allahu Ekbar Allahu Ekbar Jetzt nochmal auf Deutsch. R == Er hat dich gerade gesprochen . Und jetzt damit nochmal das eindeutig ist, mit eigener Wille, hast du den Islam gewählt, Richard? Richtig, ja. Dann musst du sagen, ich bezeuge, dass es nur einen Gott gibt, und das ist Allah, und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter, sein Prophet ist, und ich bezeuge, dass Jesus ein Prophet von Allah ist. Amen.